Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo, da bin ich wieder, eure Sabine Blumenthal. Stelle dir einmal vor, um dich herum wäre es total dunkel. Absolut dunkel. Du könntest deine Augen als Sinnesorgan nicht einsetzen, weil keinerlei Lichtreiz deine Augen erreichte. Und nun stelle dir vor, es wäre für immer so dunkel um dich herum. So dunkel ist es für Menschen, die blind sind. Darum soll es in diesem Video gehen, um die Blindheit. Am Ende dieses Videos weißt du, wann ein Mensch als blind bezeichnet wird. Du kennst die Ursachen für angeborene und erworbene Blindheit und lernst, die Blindenschrift als ein Kommunikations- und Informationsinstrument für Blinde kennen. Es wäre hilfreich, wenn du den Bau und die Funktion des Auges kennst, sowie über die Bildverarbeitung im Gehirn Bescheid weißt. Was bedeutet blind? Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.